Guten Morgen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf dieses EZ-Jet-Flyes zurück in London, Luton. Was schauen wir uns an? Den Big Ben im Buckingham Palace und das Warner Brothers Studio. Und dann darf ich mir noch etwas kaufen. Cool. Aber ich habe Angst, dass wir abstürzen. Aber okay. Soziales fino carriere Scherzscher, Firstenr. Genau. Musik Du bist nur in dieses Hotel gekommen und nach London gekommen, um im Zimmer zu liegen und fernzuschauen? Nein, gar nicht wahr. Also jetzt fahren wir noch schnell zum Buckingham Palace und zum Big Ben. Ja, aber jetzt stärken wir uns vorher mit einer Pizza, oder? Ja, und da hinten... Da hinten... Ist das Sankt Pankreas, oder? Und da sind irgendwelche komischen Taksen. Und da zum Beispiel ist ein London Moose. Nein. Mh... Magst du mal kochen? Na gut. Also, da hinten ist der Big Ben. Man sieht ihn nicht genau, weil das Riesenrad im Weg steht. Damit werde ich auch morgen fahren mit meiner Kohle. Und wir gehen dann noch dahin. Und aus. Prost! Achtung. Also他的 Riesenrad Row younger. Und der nächste Riesenrad Row 5 Die Kirche Die Kirche Die Kirche Komm. Wer ist der Georgie? Wer ist der Churchill? Dein Armegre Deine Arme grüßen? Ich habe keinen Bock mehr, ich will nach Hause. Und iPad-Film schauen. Und hat es dir gefallen bis jetzt? Ja. Lustig, oder? Ja. Und heute ist das Studio von Harry Potter. Ja. Auf geht's. Exit here for Buckingham Palace. This station has step free access. This is a Victoria Line train to Brixton. Das ist die heiligste in der Sonne. Warte kurz. Nicht so viel rum, Göttern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aber vorsichtig, Tiki. Das ist ja diese Parade von den Pferden da drüben. Ah, ja, jetzt. Das ist wohl, oder? Das ist schön. Ist jetzt die Wachablöse vielleicht? Könnte sein? Keine Ahnung. Diese Soldaten stehen ja immer so still, stimmt's? Stimmt, die müssen total still stehen, ja? Wenn man einen davon in der Nase rumkoppelt. Glaubst du? Weißt du, du würdest gerne zu einem Soldaten in der Nase rumkoppeln, weil er still stehen muss? Ja, glaubst du, macht er dann was? Na, ich glaub schon, dass er sich dann wehren wird. Denn es geht ja nicht, dass er einfach in der Nase rumkoppelt, oder? Ja. Willst du die Tower Bridge schon wieder verschieben, Tiki? Ja. Willst du ins Hotel chillen gehen? Ja. Ja. Mit Daddy. Willst du mal Kaffee vor dir? Ja. Wie viele Porsche Likans wird sie sich kaufen können? Na, viele, glaub ich. Ich glaub, dass die Queen nicht so viel Kohle hat. Komm, endlich. Komm, endlich. Hier rein, komm. Okay, komm. Okay, komm. See? Not an easy task imagining everything in a sea of green. Now sit back and enjoy a trip through the countryside. Okay, so look in the distance there. Can you spot Hogwarts yet? Is that someone's chocolate frog? Somebody grab that frog quickly. Somebody grab that frog. You there on the left, grab the frog. Oh, hang on. It's on the outside. It's on the outside, let it go. I don't even know they know the way. Okay, what's happening now? The carriage has come to a sandstone. Jetzt musst du springen. Here is the watch. Die. So, have you just come and get out of five points? Ihr wisst schon, ich hab die Kновende zurückgekehrt, wenn du hier so bist, wir sind das förbricht. Kulut, und dann schauen wir uns dieses geile Schiff an. Und nachher gehen wir zur Tower Bridge. Eine Frage? Ja. Papa kann man ja mit der Kamera. Nicht, du musst mich nicht anhauchen. Nein. Das ist dein Schiff, Mr. Captain, the captain of this ship. Ist sie da Leonardo DiCaprio, der Schiffskapitän? Nein. Nein. Ich war es. Wie war es. Ich war es. Ich war es. Ich war es. Hier geht's. Musik 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 Teilweise ja. Kann man durchschauen? Kann man. Musik 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 Ja, wir haben sie gefeuert mit den Maschinen. Sind die außer Betrieb? Ja, da ist nichts mehr drin. Puh, Gott sei Dank. Puh, Gott sei Dank. Puh, Gott sei Dank. Puh, Gott sei Dank. Puh, Gott sei Dank.